Das geht ihm nicht. Das ist ein Hörnchen. So, alles mal gesehen. Die Nüsse habe ich draußen, Süße. Wir machen jetzt hier Closing Time. Ja, Closing Time. Das ist so verrückt. Der hat nichts. Oh, Mäuschen. Geh mal gucken draußen. Oh mein Gott, wie ist das heiß. Du bist so süß. Ich habe jetzt gerade nichts, siehst du das? Ich höre die Schnüffel. Das kannst du eigentlich noch sein.